Also wenn ihr mich fragt, sieht das irgendwie wie Fahndungsfoto aus. Naja, nochmal kurz verdächtig schielen. Okay, los geht's. Vains spirituelle Seite überrascht mich. Sein Psychoprofil hat das kaum erwähnt und er strahlt ja auch dieses kalte Selbstbewusstsein aus. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn furchterregend oder sexy finde. Also irgendwas ist doch mit der nicht ganz in Ordnung. Herrlich. Viele Frauen stehen auf böse Jungs. Ach, ich weiß nicht. Gute Jungs sind auch ganz nett. Wie auch immer. Wie kann ich ihnen helfen, Commander? Ihr habt euch einen Spruch von mir. Mit den bösen Kerlen wollen sie ins Bett und mit den guten wollen sie in die Beziehung. Gibt's was? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Nicht schon wieder mich ablenken, Herr von Armit. Ich hab zu tun, Kenny. Wo wollte ich hin? Nee, hier eher nicht. Elyon. Ich hab immer noch Mystikaren. Ach, ich kann ja jetzt mehr Sonden haben. Was mir sowas für nix bringt aus als... Ja, komm. Waffen erzeugen mal Abfeuer und Hitze. Ich hasse diese Thermomagazin-Scheiße. Obwohl es ganz lustig ist. Hat was von Shooter. Teil 3 ist dann auch wieder etwas mehr Rollenspielbedingend. Nicht, dass es hier anmangeln würde, aber ständig hin und her zu laufen und mit den Leuten zu reden, ist doch etwas lästig. Yay. Entschuldigung, ich muss einfach mal sein. Attentäter und... Ja, komm. Hau von einem Alter aus. So, ich hab ein Gestüterverstärkerstuf 3. Hm, jetzt gibt's ja. Okay, werfen. Wopf. Werfen finde ich noch cool. Trier-Ladentäter sowieso. Äh, Kraft 9. 1200, Kraft 9. Ein Buchsalmung. Mehret nehmen wir mal. Trier-Ladentäter. Ähm, ich würde sagen, bei dem Waffenschaden... Ach was, ne, 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 ich will nicht, dass du stirbst. Irgendwo muss ich ja durchhalten. Hm, meinetwegen. Ist das nicht ein nettes Kerlchen? Los geht's. Achso. Hm, 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 hm. Wenn man nie weiß, was einer wartet, dann muss das hier mit. Zack. Das sieht cool aus. Präzisionsgewehr und Tempest. Schrotflinderhandkamer. Okay. Wow. Bitte nicht zu übernisslos. Wollen wir die Luftschleuse öffnen? Aber bitte nicht. So, wo finde ich jetzt die olle Eule? Unfassbar, wie wunderbar ihr Kopf aussieht. Meiner ist zu lang gezogen und unsymmetrisch. Soll ich Ihnen ein geheimnis fragen. Ich hätte es vor ein paar Jahren machen lassen. Galactic Beauty-Solution. Mein Gott, die Sorte von Frauen erkennt man wirklich... Ne. Lass uns. Ich habe die letzten zwei Jahre hier verbracht. Es gab einen Zweck, ein Ziel. Das ist jetzt erreicht und plötzlich fällt mir etwas auf. Ich habe in der ganzen Zeit nie bewusst den Horizont wahrgenommen. Er ist spektakulär. Hm. Naja. Ich finde die Aussicht nach... Oh Gott, und ich bin die Schwinde rein. Wo ist denn jetzt die blöde Justik hier? Irgendwo beim Taxi stand, glaube ich, ne? Wie kommen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist gut. Ich bin gut. Bruder auf, ja. In Kürze präsentieren wir Ihnen unsere jährliche Liste mit dem... Wir sind und wir. Ist der Himmel nur strahlend Asari-Blau? Hören Sie, ich weiß, dass die Daten... Ist der Himmel nur strahlend Asari-Blau? Sind noch alle krank, ja? Okay, hier wollte ich nicht lang, würde ich sagen. Wo geht's hier lang? Transportation, dann geht. Ich hätte gern die nächste Fracht-Fahrer hier gezogen. Nach Vulkan. Ich habe noch kein Spitzorhin in der Krug. Oder? Naja, unter der Maske... Ach, was heißt das? Ja, ja, gib Ruhe. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht rein. Weil es ein Tatort ist, alles abgeregelt. Eclipse-Soldnerinnen irgendeine Justikarin, was weiß ich. Niemand kriegt die Extra-Ware zu Gesicht und deshalb werden wir auch reich. Kann ich dich mit einem Partikel-Strahler? Ich telefoniere! Die sind doch alle krank, ja. Komm, auswählen, los geht's. Ich krieg jetzt gleich ein neues Krug-Mitglied. Ich schieße mich nur wieder durchtürmen, oder? Bestimmt. Oh, darf ich steuern? Nein. So, YouTubies, was gibt's Neues? Äh, YouTubies? Den Spruch muss ich üben. Das klingt einfach zu cool, YouTubies. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Kaffee. Ich bin nicht mehr ganz so gesprächig wie es war, aber das liegt daran, dass es A schon eine Weile her ist und B habe ich doch gerade schon mal ausgewählt, wenn ich hier mitnehme, oder? Achso, ich bräuchte vielleicht jemanden... Ach komm, nehmen wir die Beine jetzt jetzt mehr, ne? Ein bisschen streiten halt. Tali, du bleibst hier. Geh schon mal an Bord. Tali, du bleibst hier mal auf. Der neueste VW. Wo wollen Sie denn hin? Ich bringe meine Ware nach Omega Detective. Sie gehen nirgendwohin, Händler. Nicht bevor ich diesen Mord aufgeklärt habe. Ich hatte nichts damit zu tun. Es waren diese üblen Söldner, die Sie offenbar nicht loswerden. Das Opfer war Ihr Geschäftspartner und Sie gehören zu den Verdächtigen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn Sie gehen dürfen. Was ist mit der Justikarin, die gerade aufgetaucht ist? Alle sagen, sie dreht vielleicht durch und greift zur Waffe. Ich muss hier weg. Sie schießt nur auf Kriminelle. Sie hätten also mit Sicherheit nichts zu befürchten, Whitney Ford. Ich bin auf dem Revier, wenn Sie mich brauchen. Interessante Gespräche. Mein Gott, wie die Lämmen hier. Schaut euch nochmal Jack-In-Profil an. Mit den Einheimischen reden. Sind wir hier bei Ureinwohnern oder was ist los? Na gut, fahren wir den Lämmen. Ich habe eh nichts besser zu fahren. Was wollen Sie? Ich habe schon Söldner den Hacken, die mich umbringen wollen, genau wie meinen Partner. Ich brauche nicht noch mehr Ärger. Als ob das nicht schon genug wäre, ist heute Morgen auch noch eine Asari-Justikarin aufgetaucht. In welche Richtung? Wo? Wo? Ich muss von diesem Planeten verschwinden. Hat Samara schon etwas Handfestes unternommen? Die Asari sagen, dass die Justikare im Kampf absolut tödlich sind. Deswegen will ich sie haben. Und wenn sie nur den Hauch einer Bestechung riechen, fangen sie schon an zu ballern. Und Bestechungsfälle sind hier wirklich nicht schwer zu finden. Sagen Sie mir, wo ich die Justikarin finde. Sie ist in der Gasse, in der mein Geschäftspartner ermordet wurde. Ein Detektiv hat den Tatort abgeriegelt. Wenn sie dorthin wollen, müssen sie mit ihr reden. Warum glauben Sie, dass es Söldner war? Jetzt spielen wir noch Sherlock. Ah, super. Depp Nicour ging letzte Nacht durch eine dunkle Gasse, als ihn jemand mit einer Schrotflinte erledigt hat. Ich habe seine Leiche heute Morgen gesehen. Sie haben spezielle Patronen benutzt. Und das bedeutet, es waren Eklips-Söldner. Sie wissen doch etwas über diese Eklips. Ich mache hin und wieder Geschäfte mit ihnen. Aber nur in Begleitung meiner Wachen und an gut erleuchteten Orten. Und erst wenn geklärt ist, dass sie flüssig sind. Ein hinterlistiger Haufen, sogar für Söldner-Verhältnisse. Sie verkaufen roten Sand und alles mögliche illegale Zeug. Und sie sind allesamt kaltblütige Killer. Ganz im Gegensatz zu dir friedlichem fernen Handel, ja? Warum sollten die Söldner ihn umlegen? Und wie kommen sie darauf, dass sie auch auf der Liste stehen? Ich habe keine Ahnung. Wir sind harmlose Kaufleute. Aber sie haben ihn getötet. Das heißt, dass sie auch hinter mir her sind. Ich muss meine Verbindungen spielen lassen und von hier verschwinden. Der Tod ihres Partners scheint sie nicht allzu sehr getroffen zu haben. Dagnikur kannte die Risiken, als er sich der Raumfahrt widmete. Im Moment mache ich mir nur um mich selbst Sorgen. Es ist im Moment ungesund, ein Volus auf dem Raumhafen Nostastra zu sein. Vor allem, wenn man Pitney IV heißt. Ich muss jetzt gehen. Du, wir haben auch mal nur eine Runde und ich schaue mich hier um... Was gibt's hier? Nix? Schauen. Hätt ja so... Ach, ja. Danke. Nicht noch mal rüber schauen, bitte. Also, wie geht's uns? Okay, dann eben nicht. Ihr wisst ja gar nicht, was sie hier verpassen. Die Polizei gibt es nicht zu, aber die Eklips-Schwestern beherrschen diese Gegend. So, so. Haben wir die nicht schon ausgeschalten? Ein paar Mal. Sehr doch. Hier gibt's nicht zu sehen. Weiter gehen. Tolle Absperrung. Ganz wie in der Gegenorte. Sonst knackige ich jedes System und jetzt komme ich hier rein. Ich wollte früher auch mal Justikaren werden. Vermutlich wie jede Asari. Wie so früher. Wer bist du da hinten? Was soll das? Ich denke, jetzt viele Leute sind das rum. Gibt's hier irgendwas Wartvolles? Shepard, hör auf so zu stehen von den drei Metern. Das ist eine Schande für die Flotte. Wann? Welche Flotte? Wovon red ich überhaupt? Hohle, wohle. Gibt's hier noch irgendwas Wichtiges? Kann man hier irgendwo was sagen? Ey, ich meine... Ey, ich wollte damit sagen. Professionale Einsatz. Warum soll ich jetzt ein Waffenspieß wählen? Hi. Hübsche Waffen. Bitte nicht in meinem Bezirk abfeuern. Ich hab schon hübscher Asari gesehen, würde ich sagen. Ich suche eine Asari-Krägerin namens Samara. Wenn Sie eine Rechnung mit Samara zu begleichen haben, dann bitte woanders. Ich habe hier schon mehr als genug Ärger. Ich muss Samara für meine Mission rekrutieren. Dann sind wir auch schon wieder weg. Justikare arbeiten zwar normalerweise, werden aber nahezu magisch von unmöglichen Aufgaben angezogen. Dann wird dir unsere Mission gefallen. Wenn Sie sie aus meinem Bezirk rausschaffen, bringe ich sie umgehend zu ihr. Sie ist am Tatort. Sie haben sie an einen abgesperrten Tatort gelassen? Ich bin Polizistin. Ein Justikar hat meine volle Kooperation. Außerdem ist sie schon länger am Tatort, als es uns beide gibt. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Das klingt gut, besonders bei einem Frame pro Sekunde. Kriegen wir es halt noch, oder? Jetzt machen wir eine kurze Pause. Ja, Pause. Ja, Pause.